Ich hasse es, hier runter zu hängen, Alter. Oh, Mann. Ich hasse es. Ach du heilige Scheiße. Hast du die Kamera an? Ja, klar. Boah, ist die Aussicht so schön über die tolle Kirmes. Es zieht irgendwie in den Füßen, weißt du? Das kirmelt mir voll im Bauch. Schmetterlinge, geil. Wo Schmetterlinge? Ich hab meine Mutter einfach geschmissen. Oh, das hat man immer so in den Beinen. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich will nicht, dass es wie bei Apollo ist, weißt du? Guck, wo der ist. Fett. Der fettkriegt. Der Blick ist den Scheißweich aus. Boah, der täuscht auch an. Scheiße. Das hat bei mir gerade voll geknackst, ja. Das knackst die ganze Zeit bei mir bei dir. Junge. Aber kam die Speed, wird man recht langweilig, Alter. So gut. Was mit Speed? Warum? Weil wir den zu oft gefahren sind, oder? Das ist aber ein bisschen hart. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie du das kribbelt, wenn du den Beinen entfernen kannst. Überkreuzen. Ja. Aber es kribbelt nicht so hart, wie bei Apollo ist. Aber es kribbelt nicht so hart, wie bei Apollo ist. Die werden wahrscheinlich unten wieder. Oh nein, jetzt macht er die. Oh nein, 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 nein. Auf der Kupp ist der Punkt! Scheiße. Wow. Oh nein, 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 nein. Scheiße. Wow. Der fährt heute wirklich extrem. WTF ist das geil? Schade, das wäre geil, wenn ein Artistniko kommen wäre statt Konga, oder? Geile Aussicht. Ja, man sieht den Fernsehtum von Düsseldorf. Da, siehst du? Man sieht aber den Fernsehtum von Düsseldorf. Okay, jetzt übertreib nicht. Es sind ja nur 42 Meter oder so. Warum hat das heute an den Beinen so gezogen? Aber ich finde das mega geil, dass hier jedes Jahr Spinning Racer steht im Frühjahr. Das ist wirklich geil. Im Herbst ist es ja immer gemischt. Manchmal Rock'n'Roller Coaster, manchmal dies, manchmal das. Manchmal Rock'n'Roller Coaster Manchmal Rock'n'Roller Coaster